Beim Reich des Vergessens, was wollt ihr? Wir servieren hier... Ihr braucht etwas? Es ist eine absolute Freude für... Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen in der Brauerei gesagt, wie... Also hört zu, wenn mich irgendjemand dabei erwischt, wie ich irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Ich bin schon die vierte Person, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsees. Hört auf mein Rat und verschwindet aus Rifthorn, so schnell ihr nur irgend könnt.